So, dann schauen wir mal hier rein. Los, rück noch mehr raus. So, dann schauen wir mal an. So, dann schauen wir mal an. Oh, das war anständig, wollen wir mal sehen. Jawohl, höchste Symbol. Lass das nur vorbeikommen. Komm schon. Wenigstens drei drin. Boah, echt jetzt? Einmal nix. Und wir gucken mal hier rein. So, dann schauen wir mal an. So, dann knüpft ihr hier. Komm schon. Schade. Und hier kommen mal Freispiele rein. Und ein Euro einsatz. Ne, ne. Okay. Dann pauten wir wirklich, genau. Komm schon. Komm schon. Puh, fünf wären auch nett gewesen. Naja. Ja. Und wir versuchen mal wieder unser Glück hier. Zwei Euro einsatz. Zwei Euro einsatz. Und wir brauchen mal wieder ein. Mhm. Naja. Na ja. Okay, Mino ist hier schelft. Oh, jetzt komm, gib uns ne Kappe. Oh, jetzt komm, gib uns ne Kappe. Ah, keine mit bei hier, oder was? Gut, Spielwechsel. So, dann gibts mal Bücher. Let's see, bräuchten wir sechs mal. Eine Verlängerung. Oh ja, das ist schon mal. Oh, das macht immer voll hier für uns. Ah, fünf. Ah, los, steuern. Dann sind wir bei 4,90 Euro. Naja, besser wie nichts. Könnte schlechter laufen. Dann gibts hier mal ne Runde. Zwei Euro Einsatz. Los geht's. Die waren schon mal weg. 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 Was hält das hier? schwache leistung gibt es doch nicht nichts zu holen hier schade schade dann schauen wir mal hier rein es ist richtig zeitrein abwünscht sehr schön siegel setzen heute in sich so 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 und wir drehen mal hier eine kleine runde mal gucken ob was kommt so 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 das scheint ja ein kurzzeitvergnügen zu sein hier so 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 Kommen wir uns mal hier eine Zehnerwunde an und wir drehen mal hier ein paar Runden hmm Reicht mir irgendwie schon wieder. Okay, wir suchen uns was anderes. Ist vielleicht besser so. Und hier waren 9 Freispiele. Jetzt hauen wir hier ein paar ordentliche Lappen drin. Ich habe jetzt 8 Lappen drin. Ritt die Dinger, ich weiß ja gar nicht. Boah, übel. Richtig übel. Ey, Kollege, das waren 4 Euro Einsatz. Heftig. Oih, goldene Mitte und ne 7 mit bei. Mega, 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 mega. Geil. Jawoll, ey. Volle Dröhnung. Geil, 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 geil. 624. Mega. Richtig schick. Hammer. Hammer. Gold ohne Ende. Richtig geil. Sauber. Dann schauen wir mal hier rein. Das sieht doch schon mal schick aus. Wow, sagt sie. 32. Dann mal los. Oh, muss doch schon mal rausrücken. Oh, ha, ha, ha. Oh, ha, ha. Schade. Ho, ha. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier kommt mein Bonus Vielleicht gibt es ja mal ein volles Bildchen Und hier kommt mein Bonus Oh, es packt mal fünf aus Oh, es gibt's halt nicht Nochmal drei Und dann sind wir schon wieder zu Ende